Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. So, sieht man zwar nicht, aber ich habe das Teil voll gemacht mit wiedererwartenden langen Holzstöcken und das sieht voll kacke aus. Wir müssen das unbedingt upgraden nach kurzer Zeit, weil das sieht ja echt aus wie hingemacht. Lange Holzstöcke und Baumstämme natürlich. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir das hier alles schön fein säuberlich auch rüberkriegen. So, hier bleiben wir stehen. Ui, stelle ich mich hier hin? Muss der eigentlich gehen, dann kann ich das da hinklatschen, glaube ich. Eins, zwei, drei. Das ist ein kleiner Holzschall, den will ich gar nicht. Und dann brauchen wir noch eins, zwei, drei. Dennoch lange. Gucken. So, reicht das? Oh, warte, 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 ich muss die Dinger hier in kleine Holzstücke zerteilen. Den auch. So, mal gucken, ob ich glaube, die Reichweite reicht nicht, ne? Ne, das ist ja ein Traum. Also die Reichweite ist, naja, weiß ich nicht. Ich komme halt hier mit der Schubkarre nicht hin, ne? Und du auch. Oh Gott. Ein Traum. So, zwei noch. So. Nice. Jetzt gucken wir mal. Ja, dann nehme ich halt das als Fenster erstmal. Das sieht zwar jetzt nicht atemberaubend aus. Hier muss noch eine Tür hin. Aber, naja, was soll's. Wie ist denn das hier so? Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Kann man rüber gucken. Zum Beet. Und, weiß ich nicht, können wir hier vielleicht einen Grill hinstellen? Ich weiß ja nicht, was es noch so für Dekoartikel gibt. I don't know. So, hier bauen wir jetzt eine Tür rein. Und dann müssen wir mal gucken, wie das mit dem Dach funktioniert. So, wir haben dreieckiges Zweigdach. Zweigrampe. Zweigdach. Was ist das hier? Wie können wir das verwenden? Gar nicht. Also eher so. Haben wir denn auch dreieckige Wände? Oh Gott, wie soll das denn funktionieren? Zweigboden. 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 Was macht man denn mit so einem dreieckigen Dachding? Also im Prinzip würde ich jetzt das machen, ne? Aber. Was für. Was mache ich denn dahin? Wir haben ja keine dreieckigen Wände. Hä? Wie soll das denn funktionieren? Habe ich irgendwas übersehen? Leute. Holztruhe. Ich bin gerade etwas überfragt, ne? Ich habe jetzt eine Holztruhe. Oder habe ich dann einfach eine offene Seite oder was? Das verstehe ich gerade nicht. Was macht man denn da hin? Oder muss ich da jetzt diese dreieckigen Dinger hinmachen? Oh Gott, ich muss pinkeln, ne? Das tut mir voll leid. Ich gehe mal kurz pinkeln. Hier so. Let's go. Das piekt ganz schön. Was mache ich denn jetzt mit dem Dach? Es gibt ja noch nicht mal so ein Flachdach. Habe ich schon wieder irgendwas übersehen, Leute. Was ist da los? Kann man denn irgendwie die Form ändern? Kann man denn irgendwie die Form ändern? Aber ich kann hier auch nicht sehen, ne? Also, ich sehe keine weiteren... Wow, was ist das hier? Was? Oh, nee, warte. Oh, gruselig. Mach das weg. Oh, was war das denn? Warum macht er das? Wegen First Person, oder? Oh mein Gott, was habe ich denn... Oh, was habe ich denn getan? Oh mein Gott. So, Dachteile. Danke. Muss ich jetzt das Spiel neu starten, oder was ist hier los? Ich weiß nicht, was er gerade hat. Keine Ahnung. Spinnt gerade. Und ich würde zu gerne wissen, wie ich das hier machen soll. Können wir... Oh, Digga. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Jetzt mal ehrlich. Ich kann auch sowas hier machen. Ich gucke mal kurz. Das würde das Ganze erstmal ein bisschen entspannen. Aber... Ich weiß nicht, was gerade mit dem Spiel los ist. Ich glaube, ich starte mal kurz neu. So, Leute, jetzt will ich noch mal was gucken. Ich werde jetzt mal was probieren. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Moment. Ich nehme mal das hier. platziere das, ja? Dann nehme ich mal den hier weg. Und werde... Das geht aber, glaube ich, auch nicht, ne? Den hier hinsetzen. Ja, das ist alles Mickey Mouse-Kacke. Also, offensichtlich scheint es da auch ein Thema zu geben. Mit den Dächern. Also, so kann ich auf jeden Fall nicht arbeiten, Leute. Wir machen jetzt folgendes. Das sieht doch alles Mickey... Das sieht doch kacke aus. Wir haben keine Seitenteile. Ich bin sehr gespannt auf eure... Auf eure Meinung. Alter, das hier ist jetzt echt kacke. Also, dann machen wir jetzt folgendes. Ich baue solche Wände. Erstmal. Weil sonst haben wir es nicht zu. Dann muss ich die später nochmal abreißen. Wir müssen eh skillen. Das sieht natürlich wirklich nicht gut aus dann, ne? Von innen fällt es ja nicht auf. Aber hier... Ei, ei, ei. Wir haben halt keine andere Option. Zumindest sehe ich keine. Du hast die maximale Bauplananzahl erreicht. Zerstöre oder beende einige. Ach so, okay. Sorry. Ja, mach ich natürlich. So. Ja, das sieht natürlich... Oh Gott, das sieht grauenhaft aus. Ich werde die mal zum Schluss bauen. Aber ich befürchte, dass ich die Kommentare dann auch noch nicht gesehen habe, wenn ich in die neue Aufnahme-Session gehe. Nehm einfach doch ein paar mehr Folgen auf. Für alle, die das nicht wissen. Deswegen reagiere ich etwas verzögert auf eure Kommentare. Ich lese natürlich alle, aber die Folgen sind dann meistens schon im Kasten. Deswegen kann ich erst wesentlich später darauf eingehen. Gut. Ja, wo ist meine Schubkarre? Habe ich die nicht irgendwie geholt? Werde ich doch hier um die Ecke geparkt. Geparkt habe ich sie. So. Wenn ich jetzt hier die Sachen auspacke... Achso, die habe ich alle schon verballert oder was? Oh Gott. Hier stockt nämlich mal mit. Den lasse ich mal hier. Und den lasse ich auch noch mal kurz hier. Ich mache jetzt erst mal die Tür. Oder? So. Nur drei. Dann nehme ich den noch mit. Da brauchen wir nur einen für. Perfekt. Dann nehme ich doch die Baumkrone mit. Dann müsste es ja eigentlich passen. Warte mal. Der passt doch hier rein, ne? Ne, passt der irgendwie nicht. Cool. Ach, Mist. Ich nehme jetzt die Baumkrone mit. Okay. So. Ach ja. Also entweder gibt es vielleicht erst, wenn ich das nächste Baulevel erreicht habe, vielleicht gibt es dann richtige Dachteile. Das könnte ich mir halt auch vorstellen. Aber es wäre halt gemein, ne? Also wir können es natürlich jetzt so machen. Von innen sieht es okay aus. Aber das wäre schon... Arschig. Jetzt hat er schon wieder einen großen reingemacht, ne? Na klar. Oh mein Gott. Er hat einfach den langen Stöcke jetzt reingemacht, der Honk. So ein... Also... Naja. Was soll ich dazu noch sagen? Wir brauchen Seile. Wir brauchen dringend Seile. So. Viel mehr Seile. Und eine Zahnkette brauchen wir auch. Wir haben Zähne. Stylische Zahnkette. Das war schon wieder. Oh, Tür ist fertig. Okay. Okay. So. Dann... Mach ich hier nochmal ein bisschen was klein. Dann machen wir hier direkt nochmal ein paar... Kleine Stöcke, machen noch ein paar Seile. Wie geht's mir eigentlich? Hab ich Hunger? Weil wir haben... Also der Salatkopf... Ich hab jetzt... Beziehungsweise der Kohl... Wie hat der jetzt reingehauen? Nicht so viel, wie ich dachte. Aber ich hab auch das Ding noch nicht komplett aufgegessen, ne? Also... Wir haben ja nur quasi einmal abgebissen. Handwerk. Handwerk, Handwerk. So. Das hier. Okay. Okay. So. Dann nochmal. Ich glaube nicht, dass dieser Kohlkopf in diese kleine Tasche passt. Sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich. So. Ich brauche mehr. Gebt mir einfach mehr. Mehr Seile. Mehr alles. Oh, die ist auch schon wieder fast kaputt. Heftig. Uiuiuiui. So, hier haben wir noch ein paar Seile. Juhu. Was geht hier noch rein? Das geht nirgendwo rein, doch da. Das machen wir noch hin. Seile sind schon. Okay, Seile sind schon mal drinnen, die hier noch nicht. Egal, komm, wir machen das einfach mit diesen Dingern. Und dann reißen wir die halt wieder ab, wenn wir andere Bauteile haben. So. Ich brauche jetzt aber tatsächlich Stöcke. Eine ganze Menge davon. Aber ich habe doch hier noch welche drinnen, ne? Eine Schubkarre. Ich nehme die mal mit. Oder pack noch ein paar rein. Ich werde hier noch welche reinsammeln. So. Gib mir Stöcke. Stöcke. So, du kannst da rein. Jetzt weiß ich nicht genau wie. Okay, ich werde mal vor die Tür fahren. Hier so. Versuche mal von drinnen. Was schon wieder nicht geht. Alles eigenartig. Wenn da eine Wand zwischen ist, geht es halt irgendwie nicht. So, dann packen wir hier ein paar Stöcke hin. Lange Holzstöcke muss ich aber klein machen. Erstmal. Bevor ich die Großen da wieder reinklatsche und geude. Ich bin sehr froh, dass wir die kleinen Stöcke auch nutzen können. Ich glaube, wenn das nur mit Großen gewesen wäre, das ist ja insane. So. Mal gucken, ob die Reichweite passt. Oh, schon weg. Äh, habe ich wahrscheinlich nicht mehr gesehen, die Dinger. So, zack und zack. Wo sind jetzt? Hier. Und der. So. Packen wir hier hin. Zack. Und zack. Ich glaube, meine Achse ist kaputt. Kann ich wieder eine neue machen. Mist. Nein. Und verbaut. Ich bin so ein Hump. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt eine Axt bauen. Das geht nicht anders. Brauche eben eine... einen kleinen Axtkopf. Ganz dringend. Kleiner Astkopf. Da sind glaube ich noch ein paar andere Sachen. Äh, steiner cool. Großer Stein. Kleiner Stein. Und dann müssen wir kleine Stöcke machen. Da brauchen wir noch ein Seil. Den muss ich irgendwie aufnehmen. Warum ist der schon wieder rot? Kleine Stöcke. Handwerk. Seil. Diese kleinen Äxte halten, aber nicht lange. Also es wäre schon besser, eine andere Axt zu bauen. Aber leider ist die... Wenn die kaputt gehen, sind die komplett verschwunden einfach. So, Seil. Bauen. Handwerk. Axt. Steinachst. So. Nice. Großer Stock. Kleiner Stock. Große Stöcke sind hier nicht mehr. So. Finden nur noch die großen Baumstämme. Aber jetzt müssen wir... Nee, hier müssen wir noch überall Äste reinmachen. Oh mein Gott. Gut. Ich mach weiter. Wir haben ja wieder eine Axt. Okay. Achso, und ich kann ja auch unsere Olivenbäume klein machen. Da denke ich jetzt auch erst wieder dran. Die respawnen ja dann später. Allerdings habe ich ein bisschen Schiss, dass das nicht so passiert, ne? Dass die Bäume dann weg sind und dann haben wir die Oliven nicht mehr. Das wäre super schade. Weil wir ja zum Beispiel hier ein Gebäude gebaut haben. Oder so. Kann ja sein. Boah, den nehmen wir mal mit. Was ist denn das für eine Hose, die ich anhabe? Die sieht irgendwie ganz anders aus, als ich dachte. Ich dachte, das wäre so eine klassische schwarze Hose. Aber nö. Wow. Oh, ey. Hilfe. Nochmal vier auf der Seite. Hier nochmal komplett überall neun. Das gibt es doch nicht, ey. Das ist so viel Stuff, Freunde. Das ist verrückt. Oh. Das ist absolut verrückt. Na gut. Aber so ist es. Das war jetzt schon die dritte Folge. Ich habe also quasi die, ich habe noch heute auch wieder eine etwas kürzere Aufnahme-Session mit drei Folgen. Und das ist jetzt die dritte Folge. Wir müssen wahrscheinlich noch eine Folge ranhängen. Wird jetzt hier noch, wir müssen auch, oh mein Gott, wir müssen auf jeden Fall, ja eine Folge brauchen wir bestimmt noch, um die Base jetzt fertig zu kriegen. Das geht ja gar nicht anders. So, warte. Was denn? Ach, ich habe nichts fertiggestellt, oder was? Das ist mein Problem. Ach, Kacke. Ja, okay, gut. Naja. Ist da noch was drinne? Müsste leer sein, ne? Okay, das heißt, wir werden dann in der nächsten Folge nochmal losziehen. Ich werde da vorne nochmal einen Baum füllen. Und alles mitnehmen. Wir müssen halt das Dach fertig kriegen und die Seitenwände. Gott, das sieht so kacke aus. Guck dir das mal an. Keine Ahnung, warum die keine Dreieckswände haben. Ich weiß es einfach nicht, warum die hier fehlen. Aber es kann halt sein, also entweder haben sie es vergessen, oder aber wir haben wirklich erst in Tier 2 die Möglichkeit, wenn wir fortgeschrittenen Bauskill haben, das Ganze zu machen. Ich habe keine Ahnung. Das sieht natürlich richtig doof aus. Nun ja. Egal, wir nehmen jetzt das, was kommt. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.